Du hast uns alle umgebracht. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Unheilsbringer. Ich räume alles wieder auf. Ich hab seit Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe ganz vergessen, der Puppenspielerin ihren Schlüssel zurückzugeben. Ich werde aufräumen. Ich räume alles wieder auf. Seid ihr in dem Bild gefangen? Jeder hat seinen festen Platz in der Schöpfung. Verzeihung. Die Zeit schläft. Es ist gar nicht heiß. Die Zeit schläft und niemand. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Oh nein. Amen. Auf dem Boden liegt eine schwarze Feder. Du bringst das Ende. Diese entsetzliche Stimme. Du bist es. Ich will, dass sie verstummt. Sie soll schweigen. Hexenbalg. Ich sehe einen geschlossenen Vorhang. Dahinter plätschert Wasser. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ja. So war das. Endlich. 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 Endlich Ruhe. Nuri. Aufwachen, Geron. Nein. Nein, noch nicht. Ich muss noch weiter schlafen. Nuri, ich... Sag einfach nicht. Ich weiß doch. Ich will nur, dass du... Dass du an mich denkst. Hier. Dieser Reif ist für dich. Damit du mich nicht vergisst und mich nicht aufgibst. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf. Redet, was ihr wollt. Aber ich werde Nuri retten. Kling. Hört auf. Sie Oper grin. Musik. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Du! Du bist es! Du bringst das Ende! Korvus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020